Throw, 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 throw it up, start twerkin' like Miley, oh yeah, twerkin' like Miley, don't poppin' like Miley. Hier mit von der Partie. Und wie gesagt, gespannt wie ihr diesen Lauf- und Ziegelherr gesehen habt. Ich lasse sie über 6, da haben wir schon auf. Und wie gesagt, ja, 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 ja. Und wie gesagt, ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Hallo. Ja, das wird sparen, das wird sparen! Ja, 155! Und die Fahrer ist aber... Die 91 ist die 450! Die ist ein abgefahren! Ein Führung, 365 Führung! Die 712! Der Edel-Leopold! Der 12er-Heidel-Divolt! 712! Leopold! Schafft das ja rüber! Die Führung! Hier! Jawoll! 212! Ui! Kommt der Vögel heute krass, wir müssen wieder Wohlschach ziehen! Wohlderfohl! Da liegt der Vögel auf Platz 1 momentan! Ja, das sind natürlich! Platz 2, die 200! Da legt ihr Schlecht! Auf die Köpfe von dem, die sind die Insomission, leider abgeschaltet! Ui! Ah, Burlo, das war so groß. Hier fangen Sie in der Runde, Jungs. Also müssen wir den Vorspiel aus, auch vom Leopold, vom Prinz-Leopold, Prinz, das soll er wieder groß machen, aber er fährt noch sehr feine Gänge. Er lässt sich auf liegt sein und liegt hier auf Platz 200. 200, 200, 700, 100. Und jetzt gibt es gute Probleme für die 200. Oh, wie schaut das so an, wie man heute der Leopold nicht so freundlich ist. Es gibt Probleme für die 200. Die Hochzeichen werden immer ärgert. Eine Runde, wie geht's noch? Eine Runde, wie geht's noch? Für 200, 100, 712. Das wird doch fährlich. Das wird doch fährlich. Entschuldigung, zwei Runde, wie geht's noch? Oh, jetzt kommen wir erst in die nächste. Jetzt kommen wir erst in die letzte Runde. Letzte Runde, jetzt kommen wir erst in die letzte Runde. Für Lechner, Stefan. Jetzt die Gase, er kommt hier rein, ja. Laufsicht für die 200, für Stefan Dechner. In einem stark angeschlagenen Auto. Und Drenz-Leader-Volt auf Platz 200, die 712. Und wahrscheinlich. Wenn er uns zu KP-70-44 kommt, ich jetzt erst, da kommen Sie herein. Und jetzt schauen Sie jetzt. Let's walk auf sich. Bis zum nächsten Mal.